hallo und herzlich willkommen meine sehr verehrten damen und herren zu einem weiteren spiel ihr seht es bereits und was sie noch sieht ist meine zaubernde schwester denn die hatte vor einer woche geburtstag und ich habe mir so gedacht ja sie wollte schon immer mal ein video dabei sein von mir also spiel ich was mit ihr wir haben eben schon versucht ein anderes spiel aufzunehmen doch dieses spiel war leider so simpel gestrickt dass man nicht mehr einstellen konnte wie groß das spiel auf dem bildschirm sein soll also hat es komplett rumgelegt und das war viel zu groß für den Bildschirm und was weiß ich irgendwie so keine Ahnung aber ich würde sagen wir fangen an fangen wir an ok klick zu Beginn ok das ist die Steuerung ok ich hab's schon mal ausprobiert ok lass mal das Tuch hier wegkriegen wie hab ich jetzt so einen komischen was hab ich denn noch in der Hand jetzt geh wegkriegen so ok dich brauchen wir nicht mehr waaaaaah es ich hab meine Hand gerade durch das Tuch durchgesteckt geh weg äh ich brauchen wir nicht mehr so ähm ja uh hallo warte mal ganz kurz ähm oh ok Rippen warte können wir ganz kurz das Rad hier entfernen das Leben h h h h h klasse auch mal auf 4 da geschätzt h h h so dann Mr. Jordan wir müssen jetzt eine kleine Operation auch was zum h h h h h h ich bin so nicht mehr er hätte ich ich glaube das muss so ganz gut diese steuerung genau die lungen ja aber ganz gut also erst mit die rippen raus mehr auch sowieso nicht mehr kaufen wir die neue vielleicht später oder auch nicht du wirst nicht du hast die Lunge auch auf dem Haus was verletzt ihn ja ich glaube seine Rippe sticht ihn gerade ein bisschen in seinen Magen rein weg ich finde meine Grifftechnik immer wieder beeindruckend wie ich ohne meinen Daumen und meinen kleinen Zeigefinger Sachen kreif ich mache komm schon gib mir irgendwas weg und braucht man alles nicht was macht der Hammer da eigentlich da chillt sein Leben das kaum schon sei nicht so unkompetent eine ja jetzt hast du es gut in der Hand so muss das sein so ähm wir haben übrigens unbegrenzt Zeit nur wenn der unser Patient da oben rechts kein Leben mehr äh kein Blut mehr hat äh dann haben wir verloren und er verliert im Moment Blut aber ein Glück ach komm hau ab blöde Junge ey ich brauch sowieso keiner der hat dich bloß erfunden ach komm schon ach komm schon ja das wollte ich zwar nicht nehmen aber cool weg so und du auch komm schon äh okay Spezialtechnik und jetzt noch so ein bisschen ja so kann es was werden oder auch nicht okay kommst du her danke Fingerspitzen ich habe magnetische Fingerspitzen wo die Knochen und übrigens auch magnetisch deswegen geht es so gut ich bin okay okay ich habe das alles hier ganz reingemacht alles wird gut ähm so okay mach komm komm warte kläht komm komm geh weg danke du musst da noch was für mich haben ähm ne ich glaube das muss so ich glaube das ist die Duftröhre oder sowas ja da waren die Lungen eingeschlossen so ähm so oh was macht die Rippe dar egal ähm hier ist übrigens unser Herz drin unser neues aber das brauchen wir jetzt noch nicht wir müssen erst mal... komm schon... oh mein Gott! ich bin so gut in allem was ich tue. Ich glaube der Skalpell ist gerade in meinen Daumen drin. Denn wir müssen jetzt das Herz los schneiden. Eine Arterie haben wir durch. Achso, das ist das Herz? Ja, ja, das ist das Herz. Komm schon. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen schräger angehen, die ganze Sache. Wir schrägen Vögel. Komm schon. Ja, oh, 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 das habe ich ein bisschen vielleicht immer hoch. Vielleicht ein bisschen... Ah, cool, ich glaube, haben wir es geschafft oder müssen wir noch irgendwas los schneiden? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay, du mein lieber Skalpell, mein guter Freund, du kommst jetzt mal hier rüber. Wozu brauchte man die Säge? Oh, pfff, keine Ahnung, falls du dem Patient wehtun willst oder so. Was? Hör! Komm her! So, Herz. Komm her! Ist aber auch fest drin, ey! Du musst da glaube ich auch was abschneiden. Ich glaube es auch, ey. So was Gemeines! Okay, gut. Okay, Mr. Jordan, alles wird gut. Hoffe ich. So, die berühmte Daumentechnik. Ja. Ähm. So. Ich werde irgendwie... Bäh! Komm schon! Bäh! Das Herz braucht man sowieso nicht mehr, kann man einfach aufgehirlen, so zerplatzen lassen oder so weiß ich nicht. Shit! Geht da... Oh, schluss! Eieieiei! Naja, der hat noch genug Blut, aber... Hör! Äh! Okay, wir versuchen es mal so rum. Oder auch nicht. Naja, klar. Ähm. Das ist aber auch gemein hier. Komm schon! Okay, wir sind so ein bisschen steiler hier. Wir müssen doch abschneiden, oder? Komm schon! Wir müssen irgendwas abschneiden. Vielleicht müssen wir eine Zange nehmen. Ich glaube, wir müssen eine Zange nehmen. Ich glaube, wir müssen eine Zange nehmen. Haben wir überhaupt eine Zange oder sowas? Ne, da ist eine Spritze. Oh, das ist doch auch schon mal ein Anfang. Aber wir können auch die Kreiswege nehmen, oder? Hö! 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 Nein, okay. Oder die Schere! Ja, ich weiß nicht. Ich muss mal gucken. Gott, mein Skyplay verschwindet gerade im Tisch. Hö! Haut mal ab! Wir brauchen euch gar nicht! Mäh! Glaub schon! Aua! Was? Hat mir das jetzt wehgetan, oder hat das einem Prozenten wehgetan? Aua! Keine Ahnung. Ähm. Wo war eine Schere? Das war dort hinten. Oh, hab ich's mir drunter geschmissen? Ähm, schon, ja. Sieht fast so aus. Okay, dafür müssen wir's nicht mehr den Blödskel machen. Warte, ich versuch's noch einmal das Bild da jetzt rauszukriegen. Hü! So, halt rausrichten. Hü! 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 Ich glaub, du nutzt mal die Kreise. Ja, ich weiß auch nicht, wie.. Hü! Hü! Also, mein Arm sieht persönlich, eigentlich gesagt, auch nicht ganz so gut aus, wie der hier hier som現在 wurgelt. Komm schon! Hü! 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 Wo hink das denn noch, bitte? Ich hab keine Ahnung! nehmen die kreissäge das war das jetzt weg so Maha kann man das irgendwie funktionierend machen wahrscheinlich nicht jetzt rutscht mir das einfach so aus der Hand raus das so sie ich weiß nicht ob das so gut ist dass wir das machen ich glaub nicht glaub irgendwie auch nicht aber irgendwie müsste das ja losbekommen da ok nein nein wir lassen es geh weg ähm können wir dieses blöde Herz jetzt mal loskriegen ich dachte wir haben schon alles losgeschnitten ich weiß nicht ach scheiße komm schon er verliert Blut der Patient scheiße er ist so was anderes ok kommt schon kommt schon kommt schon da war was soll das was anderes was anderes ja was anderes der Seite vielleicht die Säge ja klar ok ok oh nein ja klar ok weiter aber versuch Doktor Kriegs ist doch da geht das so soll wir hier so ein bisschen durchschneiden oh es ist los nein nein bleibt die Säge muss hier bleiben Gott nein 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 das jetzt war auf jeden Fall los es hat sich bewegt Komm her, komm her, Sege. Wir brauchen dich hier drin nicht mehr. Hau ab. Los, hol das Herz. Jetzt bloß nicht das Herz runterschmeißen. Okay, geh auf. Bleib so. Komm schon, komm schon. Es liegt da so locker drin. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Weil uns der Patient gerade abgräbelt. Gib mir doch nur das Herz. Da. Gib es mir. Komm schon. Ja, 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 komm schon. Komm schon. Braucht keiner mehr. Los, nimm das Herz. Ich versuch's. Okay, wir haben das Herz. Und jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wieso leckt das so heftig rum gerade? Alter, was ist denn hier los? Ich hab 15 FPS. Rein da. Ja. Ja. Erster Versuch. High five. Boom. Wir haben es geschafft. Jetzt momentan mit 15 FPS, warum auch immer. Okay, der Patient hatte zwar Anfang an noch 5 Liter Blut, jetzt haben wir halt mal noch 0,6 Liter, aber ich glaube, das muss so. Oh nein, ich hab eine Idee, was wir jetzt machen. Okay. Wenn das jetzt, wieso, wieso haben wir jetzt nur noch 15 FPS? Das ist nicht gerade cool. Äh. Wow, 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 wow. Mhm. Jetzt bei Sie mal hätte ich. Ich brauch keinen. Hm. Kannst du bitte mal aufrunden? Okay. Okay, toll. Toll. Hm. Okay. Und? Noch ein Versuch. Ach, hau ab. So. Kannst du mal was mit... Wir haben ja schon wieder nur 15 FPS. Was ist denn hier los? Ich verstehe es nicht. Kann man da auch was anderes irgendwie machen? Äh, ich frage mich gerade, wieso es nicht funktioniert. Äh, ich sag, kann man ja bei Gehirn. Ne, ist egal, komm, wir versuchen es einfach gar nicht mehr, weil es irgendwie funktioniert jetzt nicht mehr. Weil ich kann nicht mehr mit dem Spiel anfangen. Komm, guck mal. Hu, 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 hu. Okay, ich würde sagen, wir müssen diese Folge leider schon hier beenden, weil die Aufnahme abspackt. Ich weiß nicht, warum man hat es ja vielleicht am Ende gesehen. Es war ein bisschen schuh, schuh. Unser Arm hatte dann auf einmal Gefühle vor den lieben Herren entwickelt. Und egal. Tschüss. Tschüss, schon? Ja, danke sehr an alle, die zugeschaut haben. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss. 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 Musik Musik